Hitradio FFH. Anke ist tanke. Für mich noch ein... Nein, Herr Minne, Maliosch... Ach, die telefoniert. Du stellst die Uhr sofort zurück. Du, ich muss Schluss machen. Ich hab Kundschaft, ja. Tschüssi, Kussi, Bussi. Wie sofort? Die Uhr wird von Samstag auf Sonntag umgestellt? Nein, mein Patenzwerg ist im Apple Store und will unbedingt eine Smartwatch. Die stellt sich alleine zurück. Ins Regal? Von Samstag auf Sonntag. Ich frag mich eh, für was die Jugend von heute noch Uhren braucht. Die Hosen hängen immer auf halb acht, die denken nicht von zwölf bis Mittag und sie gehen einem ganz schön auf den Zeiger. Stimmt. Einmal die vier und eine Knopfbatterie für meinen Wecker. Noch so ein Uhrensohn. Was? Momentchen mal bitte. Stefan, wenigstens bekommen wir jetzt die Stunde wieder zurück. Schrecklich. Eine Stunde länger über deine Benzinpreise aufregen. Nö, nö. Äh, also die Mehrheit der Deutschen ist übrigens für die dauerhafte Sommerzeit. Stefan, ich verlass mich eh lieber auf meine innere Uhr. Davon rate ich dir ab, Anke. Wieso? Du tickst doch nicht mehr richtig. Mach 423 Euro, sammeln Sie Asbach-Uhr-Altpunkte, haben Sie eine Tiktak-Card oder sind Sie im Gute-Zeiten-Schlechte-Zeiten-Club? Nein. Dann tanke schön. Bitte schön. Ankes Tanke. Täglich in Guten Morgen Hessen. Bei Hitradio FFH.